Hallöchen, moin moin, willkommen hier zurück zu Rust. Joa, ich war jetzt einige Stunden offline seit der letzten Folge, wo ich raiden war. Ich musste mich ja ein bisschen erholen. Ich wurde im ganzen Rumgeballere. Nein. War ja zu ruhig, ne? War ja zu ruhig. So, mal gucken, wir gehen mal raus, was hinten los ist. Ich hab mit Schnüffler geschrieben, mit Schnüffler. Er hat eine neue Basis. Er hat irgendwo eine neue Basis und wir gehen einfach mal gucken und dann... What ist das denn da vorne? Hat er da vorne gebaut oder was? Hallo? Hallo? Hat gesagt, er hat eine neue Basis, aber hat nicht gesagt, wo er die gebaut hat. Oh, ist wohl seine neue Base oder was? Ist ja auch nicht gerade groß. Ist er überhaupt da? Vorhin war er doch da. Weil hier ist alles voll Loot. Ist er wohl. Hallo? 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 Ich hab keine Ahnung, ob er das ist. Aber wer baut denn so nah so unser Miner Base? Ein Troller kann es nicht sein. Ein Troller. Jetzt hab ich kein Werkzeug bei, ne? Nicht die... Ja, komm. Go. Ich war jetzt ungefähr auch 10 Minuten AFK an meiner Basis. Also, ich weiß, AFK haben noch Sprengpulver gekräftet. Sprengpulver. Aber wie soll das sonst sein? Ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja gleich einer wieder oder auch nicht. Naja, du bist ein Noob. Oh, wie schlag ich denn auf die Kiste drauf? So, das war doch bestimmt eine Blaupause. Und man kriegt auch nur Müll, ja? Nur Müll. Ich wollte ja eigentlich zum Warenhaus. Da hinten wir dem Hexenhaus. Der ist nicht mehr da. Aber er gibt auch nicht auf, ja? Wenn das Mr. Schnüffler sein sollte, hier mit Base, ja? Mit der Basis. Er wurde ja schon zweimal geradet jetzt, ne? In der letzten Folge war seine Basis ja komplett weg. Aber er macht hier weiter. Auch wenn hier nächste Woche schon Server-Vibe ist. Also, ich hätte ja schon keinen Bock mehr gehabt. Ich wollte prima, gerade den Loot weg. Letztendlich er redet er nachher noch meine Base hier. Ja, kann er ja. Da kann er ja ein paar Mal sterben. Ja, da waren ein paar Geschütze hier, ne? Hier kommt er auf jeden Fall nicht rein. Ich lasse ihn hier nicht rein. Den kennt er ja meine Räume. Nein, so zutraulich bin ich nicht. Äh, zutraulich? So nett, meine ich, ne? Bin ich so nett? Die ganzen Dinger hier. Ich habe überall was drin. Das ist zum Teil überhaupt nicht sortiert, ne? Goh, nicht sortiert. Guck mal, hier sind sie noch. Komm. Muss ich nachher noch machen. Nachher? Nachher? Loot verschenken sonst. Aber ich will jetzt nicht. Ich will auch eigentlich mal nochmal zum Warnhaus. Ich könnte das schwer zum... Ach, komm. Ich habe so viel Zeug, ich brauche das nicht mehr. Ich brücke das nicht mehr. Oh, Schwefel, Schwefel. Wird Türki wieder nochmal rein, oder nicht? Falls es in der Nähe doch nochmal eine Basis entsteht. Einige neue Spieler sind auch wieder da. Vielleicht kann man die ja nochmal ärgern und vertreiben. Aber wer baut denn sonst direkt neben der Basis? Kann ja nur Schmidt sein, ne? Schnüffler. Schmidt-Schnüffler. Ach, no. Wo muss denn jetzt der Heli kommen? Pullover und Schuhe reicht, ja. Darf man eigentlich nur eine Waffe oder zwei Waffen? Ich weiß das immer noch nicht. Ach, da hinten ist der Heli. Der Heli, der Heli. Mal gucken, ob meine Fake Base, da die Tür noch drin ist. Das Pferd ist dann aber noch dasselbe Pferd, was da hinten rum lief, wo ich Raiden war. Die Tür ist drin, also. Kommt der Heli oder haut er ab? Gleich kommt Russ, gleich bin tot, weil ich nicht meine Rüstung trage. Ich glaube, er fliegt weg. Ich glaube, er fliegt weg. So, Kisten sind auch da. Diese Ruhe. Ist der denn schon wieder offline gegangen? Ja, der Schmidt hat doch gar nicht gelootet hier. Der war doch, wie gesagt, vor 10 Minuten, 20 Minuten noch online. Bei der nächsten Basis, die ich baue, dann mache ich auch mal ein Fenster, ne? Ich habe überhaupt keine Fenster, ne? So. Nix tolles hier. Zu Waffen komme ich eh nicht mehr. Wird alles geschreddert hier. Weg damit. Ich bin ein Profi mit einem Bogen, ja? Ich brauche keine halbautomatische Waffe oder... Ah klar, was soll der Mist, brauche ich doch gar nicht. Mir reicht auch die Pistole, die doppeltäufige Shotgun und mein schöner, guter Bogen. Da bin ich auch Profi drin. So. Keiner Door, Keiner Door. Soll ich nochmal gucken, wo die Base geradiatet wurde? Ist ja nichts, kein doller Loot hier. Da laufe ich jetzt mal so hin. Ist auch Loot. Ähm. Ich hatte ja gar nicht den Schlafsack kaputt gemacht, fällt mir ein in der Basis, ja? Naja, kann er spawnen. Also den ich da geradiatet habe. Muss er halt neu spawnen, ne? Er kann neu spawnen und die Basis ist weg. Oder? Ne. Noch nicht ganz. Aber ein Stück fehlt er. Schutt und Asche hier. Die Base. Ich war es nicht. Nein, ich war es nicht. Das Schlafsack hat die Ende der 12 Leben. Ja, komm. Den Schlafsack lass dich da liegen. Der ist sowieso bald hinüber. Ich bin so, ich war so böse. Ich war so böse. Ich habe geradet. So. Hier irgendwas Neues? Nö. Nö. Wir haben auch noch die Base geradeaus. Da hinten glaube ich. Da hinten oben. Zwischen die Bäume. War das da drüben? Ich glaube ja. Da könnte man eventuell nochmal just for fun Sprengstoff reinschmeißen oder was. Sonst ist hier eigentlich relativ ruhig. ist da hinten einer? Nö. Naja. Ich glaube der Heli kommt schon wieder. So, Schmidt Schnüffler ist nicht da. Ich wollte noch Kontakt sagen hier in game und gucken wo seine Base ist. Okay, ich weiß ja jetzt wo seine neue Basis ist. Das wird die Basis sein bei mir direkt vor der Nase. Finde ich ja ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Aber vielleicht habe ich das Glück und die wird so eskerated dann. Oder er raided mich denn noch am Ende. Hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Naja, soll er seinen Spaß haben, ne. Neigt sich ja sowieso langsam dem Ende, ja. Ob ich nochmal raiden gehe ist eine andere Sache. Ich werde das nochmal fertig machen. Vielleicht hat man das Glück oder man findet noch eine Basis. Sonst einfach nur zum Ende ein bisschen wild rumlaufen, rumballern und dann war es das gewesen. Viel Action war hier sowieso nicht. In der Zeit wo ich hier gespielt habe. Ich bin ja auch nicht da so hingelaufen. Gebe ich ja auch ganz ehrlich zu. Da wo die Leute rumlaufen mit dem dicken AK. Aber was soll ich da? Ich bin doch tot. Denn keine Chance. Ich mit dem Bogen gegen der AK. Okay, just for fun. Wie gesagt am Ende jetzt noch. Just for fun. Einfach mal zum Airfield oder was. Naja, mal schauen, mal schauen. Wie ich Zeit und Lust habe. Vielleicht denkt er auch, weil er sich bei mir hingebaut hat, dann wird meine Base für Escurated oder was, wobei die größer ist als seine. Oder die Base wird mir zuerst platt gemacht. Ja, die Fake Base. Ich muss nochmal ranlaufen. Ich muss nochmal gucken, wie lange das reicht. Das Material. Müsste mir eigentlich gleich angezeigt werden. Ja, 72 Stunden, okay. Stein, ich brauche keinen Stein. Farben werde ich jetzt sowieso nicht mehr. Wenn ich das alles offline, wenn ich nochmal Stein brauche. Aber nicht in der Aufnahme hier. Das wird auch kein Mensch mehr sehen. Außer die Leute, die halt Rust noch gar nicht kennen. Ich glaube, der ist schon wieder. Entweder ist er AFK oder er ist offline schon. Ach, dass er wieder neu angefangen hat. Wundert mich, ey. Das ist doch... Also ich hätte keinen Bock mehr gehabt. Du wirst zweimal gerated und dann weitermachen? Ja. Da ganz hinten ist ganz viel Stoff, ne? Da ganz... Habe ich mein Fenster noch bei? Nö. Ganz hinten geradeaus. Alles grün. Da sieht man doch Stoff aus. Läuft da einer rum? Außer hier rechts, Evil Chicken. Nö. Auch nicht. Na, Evil Chicken, what los? Wo ist denn dein Partner geblieben, wa? Oh, oh. Alles gut. So, Blackbird. Anscheinend auch neu. Der Kano gar nicht. Wie gesagt, der muss neu sein. Wenn du gestern Abend oder heute dazu gestoßen. Beim Server. Da läuft auch keiner, ne? Da draußen war ja überall Loot. Ich glaube, der hat schon ausgelockt. War so schnell? Naja. So, ich hatte doch irgendwo, genau. Ich muss das sowieso sortieren. Es steht ja fest, dass ich das sortieren muss, ne? Okay, das nehme ich mal mit raus. Wir nochmal, bevor es ganz dunkel wäre, nochmal fragen. Aber da ist oder nicht? Hallo, hallo. Tür ist für Kehrdrom. Oh, ich glaube, das ist scheißegal. Ist er eventuell offline am Essen? Ist da oben einer? Also, ich hätte hier noch zwei Türen reingemacht, ja? Weil ich offline gehe. Also, offline gehen würde. Könnte er Stein vor mir haben, ein bisschen. Naja. So. Feierabend. Ich gehe weiter craften, weiter craften. Sprengstoff herstellen und alles. Winter gehe ich dann nochmal raiden. Steht nur an, raiden. Rumlaufen. Blöd rumlaufen. Ballern vielleicht. Eventuell noch. Und sterben gehen. Und mehr, ja, mehr passiert ja noch nicht hier, ne? So. Ja, das soll es gewesen sein. Danke wieder fürs Einschalten, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Schade, Schmidt Schnüffler habe ich nicht getroffen. Aber mal gucken. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was. So, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's.